Ich glaube, es gibt keine Stelle, die keine Reklamationen bekommt und ich glaube, es gibt auch niemanden, der keine Fehler macht. Wenn du BVB eine Mail schickst, kriegst du nie eine Antwort. Wir gehen uns aber immer mühe, dass wir alle Mails beantworten eigentlich. Doch, auf jeden Fall. Es wird ja angenommen und an die jeweiligen Stellen weitergeben. Der Rahmen, um etwas zu machen, ist natürlich immer eine Frage der jeweiligen Stelle. Man kann nicht Haltstellen generieren, die keinen Sinn machen. Also ich glaube, es gibt wirklich tatsächlich Leute, die bei der BVB arbeiten und sich nicht wirklich auskennen von Basel und von den Traditionen. Ich finde es überhaupt kein Problem. Ich finde es eher positiv, wenn die Leute von verschiedensten Regionen kommen und sich das durchmischen. Als Buschauffeur sollte man die Haltstellen schon kennen. Sonst aber von der Firma glaube ich nicht, dass es einen Unterschied macht von der Arbeit her, ob man jetzt Baseldeutsch redet oder Hochdeutsch oder einen Französischen Dialekt hat. Das glaube ich auf alle Fälle nicht. 100 Franken einfach so zahlen für eine Fahrt, die 3,80 Euro kostet, finde ich zu viel. Wenn du nicht verwirrt hast, hast du Glück an diesem Fall. Aber ob du es mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, ist dann deine Sache. Man weiss ja nie, wann man in Kontrolle kommt. Wenn man dann 2-3 Mal in Kontrolle kommt, wird es dann definitiv die Euro. Also ich würde mich ernsthaft bewerben. Ich finde es eine tolle Stelle und ich finde das Arbeitsgebiet toll und das Team ist toll. Also ich würde mich nicht wirst, wenn ich da ein paar Mal in Kontrolle kommt. Ja. Vielen Dank.